In dieser Folge geht es weiter mit unserem Röhrenverstärker. Wir kümmern uns um die Audioverkabelung, bauen die Trafos ein und gestalten eine Frontplatte aus Metall. Helga C und schön, dass du wieder dabei bist. Als allererstes kümmern wir uns heute mal um das Frontpanel, denn anders als beispielsweise die Potis haben wir hier die Lampe für Strom an und die wird vorne reingesteckt und wenn wir die dann innen anlöten, dann können wir vorne das Panel nicht mehr tauschen. Das heißt, das ist was, was wir als allererstes brauchen. Für so ein Frontpanel gibt es eine Menge Möglichkeiten. Ihr könntet euch das fertige Panel bei TubeTown kaufen. Finde ich jetzt ein bisschen langweilig. Ihr könntet euch mit einer Wassertransferfolie selber eine Beschriftung machen. Ihr könntet euch eine Kunststoffplatte selber herstellen, so wie ich das bei meinem Tube Screamer gemacht habe. Ich mache es wieder so wie bei meinem SSL-Kompressor und stelle mir eine Frontplatte aus Metall her. Denn das ist nicht nur hundertprozentig stabil. Das sieht auch einfach optisch super professionell aus. Und die anderen beiden Methoden haben wir uns ja in anderen Folgen auch schon mal angeguckt. Deswegen will ich euch jetzt mal ganz kurz zeigen, wie ich das mache. Und es ist, glaube ich, einfacher, als man sich denken könnte. Ich habe hier ein Foto von einem fertigen Amp. Ich habe eine technische bemaßte Zeichnung von dem Chassis aus dem TubeTown Forum ausgegraben. Und, das ist dann schon das gesamte Geheimnis, den Frontplatten-Designer von der Firma Schäfer aus Berlin. Das ist ein kostenloses Programm. Gibt es für Mac, Windows und für Linux. Und damit kann man sich eben seine eigene Frontplatte designen und dann logischerweise auch gleich herstellen lassen. Ich lege mir also die Platte genauso groß an, wie ich sie brauche. Und dann kann ich einfach per Klick Bohrungen, Löcher, Ausschnitte, Haltebolzen und eben auch Beschriftung direkt hinzufügen. Und entweder per Maus hinziehen oder, weil mein Chassis ja schon Löcher hat und ich das genauer brauche, kann ich dann die Position und Werte direkt eintippen. Genauso wie ich das sonst auch mache, kann ich mir aus dem Frontplatten-Designer einfach mal das Design auf Papier ausdrucken. Dann schneide ich das zurecht, sprühe das mit Kleber ein und probiere mal, ob das so passt. Wir folgen den Gesetzen des Universums, deswegen passt es natürlich beim ersten Versuch vorn und hinten nicht. Liegt aber daran, dass die Bemaßungen, die auf der Zeichnung aus dem Forum waren, nicht ganz richtig waren. Da habe ich dann also nochmal nachgemessen, alles nochmal nachkorrigiert. Und dann habe ich auch mit dem Trick, den ich euch schon mal gezeigt habe, mir auch die Start- und Stopp-Punkte für meine Potis gesetzt. Was im Frontplatten-Designer übrigens sehr, sehr transparent gemacht ist, ihr könnt euch auf einen Cent genau anzeigen lassen, wodurch welche Kosten entstehen. Das finde ich also sehr, sehr gut. Ja, und dann habe ich es nochmal ausgedruckt. Beim zweiten Mal hat es dann auch gepasst. Ich hatte das nur um einen Millimeter verschoben aufgeklebt. Ist also so in Ordnung. Und fürs Gefühl habe ich auch schon mal die passenden Potikappen dazu gelegt. Ja, die Beschriftung lasse ich im Übrigen als Gravur machen. Da werden also Texte und Symbole und Linien als kleine Rillen in die Frontplatte gefräst und dann mit einer Farbe gefüllt. Das ist also die gleiche Technik wie bei einem geilen alten Vintage-Marschall-Verstärker zum Beispiel. Wer das lieber moderner haben will, kann das machen, wie ich das bei meinem SSL-Kompressor gemacht habe. Nämlich als Digitaldruck. Da gehen dann auch, hier ist mal ein Beispiel, eigene Schriften, eigene Farben und vor allen Dingen auch viele bunte Farbverläufe. Da ist also der Kreativität sozusagen keine Grenze gesetzt. Apropos Farben. Die Platten gibt es natürlich auch noch in unterschiedlichen Farben. Ich habe mal nur hier so als ganz einfaches Beispiel ein rot eloxiertes Alu. Ganz schick. Oder zum Vergleich daneben eine Pulverbeschichtung. Das eloxierte ist so, wie die bunten iPods beispielsweise hergestellt werden. Okay. Ja, probiert es mal aus. Kostet ja nichts, das Programm. Download-Links gibt es hier und da. Und in der Videobeschreibung. Und außerdem nur für euch, für meine Zuschauer, gibt es in der Videobeschreibung noch einen Rabatt-Code. Da könnt ihr also auf eure erste Bestellung in diesem Jahr 2015 noch 10% mit dem Code sparen. Das ist doch auch mal was. Okay. So. Genug gestaltet. Kolben heiß machen. Jetzt wird gelötet, ihr Luder. Als erstes bauen wir mal einen Großteil der Hardware dran. Also die Potis, die Eingangsbuchse. Dann haben wir ja noch zwei große Trafos, die dran müssen. Was natürlich noch nicht dran kommt, ist die Beleuchtung. Und als Alternative zu der eckigen habe ich hier auch noch mal so eine runde Leuchte. Mal gucken, ob dies wird. Hier seht ihr die Reihenfolge, in der die Potis rein müssen. Und die ziehe ich jetzt einfach locker mit der Hand fest. Denn die werden wir ja für die richtige Frontplatte dann noch mal abziehen müssen. An diesem Loch hier wird der Ringkern-Trafo festgeschraubt. Und damit wir den einschrauben können, müssen wir leider die Platine von dem Netzteil noch mal rausschrauben. Da könnt ihr auch sehen, welche Kabel in welches Loch kommen. Und zur Befestigung hat der so eine lange Schraube und eine Gegenmutter, die wir dann von innen festziehen. Der zweite Trafo kommt dahinter. Davon kommt eine Schraube in dieses eckige Loch. Und das passt leider nicht so richtig, weil da in der Mitte eine Schraube hoch steht. Die könnte ich jetzt versenken und mit einer Senkkopfschraube arbeiten. Ich mache es aber anders. Ich nehme einfach eine Mutter und eine zusätzliche Unterlegscheibe dazwischen. Und dann steht das Ding ein bisschen hoch. Und dann funktioniert das auch. Dafür brauchen wir dann übrigens die etwas größeren Schrauben. Und wenn ihr den Trafo angeschraubt habt, dann könnt ihr die Platine vom Netzteil auch wieder einschrauben. Wir brauchen die große bunte Kabelsammlung. Und wir brauchen das dicke, graue, abgeschirmte Kabel. Das ist noch ganz wichtig. Bei den Kabeln sortiert euch mal die mit dem dicken Querschnitt, hier auf dem Bild links zu sehen, aus. Die brauchen wir dann erst in der nächsten Folge, weil wir in dieser Folge nur die Audiosachen verkabeln und verdrahten. Und ganz wichtig jetzt beim Anlöten, achtet auch nochmal auf die Nummerierung der, jetzt weiß ich, wie sie richtig heißen, Röhrenfassungen. Aus den Beinchen der Widerstände, die wir uns beim letzten Mal aufgehoben haben, biegen wir uns die Drahtbrücken. Und was wir natürlich auch brauchen, ist hier unseren Verdrahtungsplan. Und da kann ich euch eine Sache zu den Drahtbrücken schon mal sagen. Das sind ja diese grauen Linien, die über den grünen Lötpads sind. Wenn da so eine Linie über mehrere Pads geht, bedeutet das auch, dass die überall dort angelötet werden müssen. Ja und jetzt arbeite ich mich hier einfach der Reihe nach durch. Diesen Gewebeschlauch, da erzähle ich euch in der nächsten Folge was zu. Und was ich dann doch schon mal angelötet, beziehungsweise angeschraubt habe, ist dieser eine Draht da, der rote von dem Trafo. Ich habe es gefühlt schon 438 Mal erzählt, verkabeln dauert einfach sehr, sehr lange. Wer da keinen Bock drauf hat, für die hat TubeTown was Neues im Shop, kann man sich dazu bestellen. Das ist eine alternative Hauptplatine. Und da sind dann sämtliche Verbindungen, die man an der Platine an sich machen muss, wie diese Drahtbrücken zum Beispiel, schon auf der Platine drauf. Musik 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 Diese Drahtbrücken biegen geht im Übrigen ganz einfach. Einfach mit einer Zange oder hier sogar mit einer Kneifzange vorsichtig so ein Beinchen auf 90 Grad biegen. Dann gucken, wie lang das Stückchen sein muss. Ich habe mir hier die Position an der Zange sogar gemerkt, mit der ich ja eine Brücke über eine Position in einem Rutschgleich umbiegen kann. Musik Jetzt brauchen wir die Lötösen und mit denen können wir nämlich das Gehäuse auch direkt auf Masse legen und schon ein paar Leitungen anlöten. Da kommen in die Mitte zwischen diese zwei Löcher welche und eine direkt neben die Netzbruchse. Musik Musik Hier müsst ihr jetzt sicherstellen, dass der Kondensator nicht aus Versehen an den mittleren Pin kommt und deswegen habe ich hier sogar doppelt mit Schrumpfschlauch gearbeitet. Ja, jetzt kommt was ganz Wichtiges. Wir brauchen nämlich jetzt unsere abgeschirmten Leitungen. Da isoliert ihr euch erstmal nur das graue Kabel ab, zwirbelt euch die Abschirmung so zur Seite weg, lasst einen Zentimeter von der inneren Isolierung stehen und isoliert dann nur die Spitze ab. Die wird dann angelötet und die Abschirmung lötet ihr auf der Seite der Potis an die Masse an. Musik Platinenseitig brauchen wir die Abschirmung nicht mehr, ja, deswegen kneift ihr euch die ganz, ganz knapp ab. Achtet drauf, dass da jetzt nicht ein einzelnes Drähtchen irgendwie noch zur Seite wegsteht. Und jetzt ist es ja so, hier sieht man noch ein bisschen was von dem Metall. Wir müssen jetzt also hundertprozentig sicherstellen, dass da nie ein Kurzschluss mit passieren kann. Und deswegen brauchen wir jetzt hier wirklich zwingend ein bisschen Schrumpfschlauch, um uns das Ganze hundertprozentig zu isolieren. Hier ist das letzte Bauteil. Wenn ihr jetzt das verbaut, dann müsste eure Bauteiltüte leer sein. Und das kommt dort an den ersten doppelten Poti. Und hier habe ich mir die Abschirmungen alle mal zusammengezwiebelt, löte noch einen schwarzen Draht dran und den lege ich dann einfach auf die Masse. Und zwar zum Beispiel aufs Gehäuse. So, in der nächsten Folge bauen wir dann die letzten Teile ans Chassis und dann werden wir auch endlich mit der Verkabelung fertig. Ich habe zwei Ideen für die Frontplatte und ich würde gerne noch eure Meinung hören. Deswegen schreibt doch mal in die Kommentare, ob euch A. die rote Frontplatte mit den silbernen Poti-Knöpfen oder B. die bronzefarbene Frontplatte mit den goldenen Poti-Knöpfen besser gefällt. Wenn es euch gefallen hat und ihr wissen wollt, wie es weitergeht, gebt mir einen Daumen hoch. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche. Bis dahin, euer Götz. Ciao, ciao. Dana-Berg-Knöpfen